Musik Wir sind hier auf dem Deutschen Wirbelsäulenkongress in Wiesbaden. Wir freuen uns hier zu sein. Es findet dieses Jahr zum 13. Mal statt und wir sind seit den Anfängen dabei als Ulrich Medical. Unsere Besucher erwartet natürlich alles rund um die Wirbelsäulenimplantate. Ja, heute um 13 Uhr findet ein Lunch-Symposium mit dem Professor Dr. Meier statt. Da geht es um lumbale, posteriore, dynamische Stabilisierung, um eine Studie, die sogenannte DinoFuse-Studie, die dort gemacht wurde und er wird ein bisschen was über erste Ergebnisse erzählen. Es hat sich in den letzten Jahren hervorragend entwickelt, für uns ein besonderer Stellenwert, weil wir hier mit den Ärzten wunderbare, sehr gute Gespräche führen können und dafür Sorge leisten können, dass wir als auch die Ärzte bestmöglich im Sinne des Patienten arbeiten. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.